Du sag mal, sollten wir dir Batsny vielleicht mal ein bisschen helfen? Ja, schon. Wird gern mal unser zweites Album jetzt anfangen, ne? Erstes Song steht und... Ja, das war das Ding, ja. Das erste Album ist komplett im Kasten. Die Batsny war dabei, also einige Songs, glaub ich, musst du noch ein bisschen was mischen. Ja, die müssen wir auch noch mal aufnehmen, ne? Aber so ganz grundsätzlich ist das Album fertig. Und so über Nacht, so bam, fängt er an, alles rauszureißen. Ja, ohne Scheiß, so ne krasse Nummer, kommt vielleicht Freitagabend an und einfach nur, boom, bumm, nur noch nen Haufen Schock, ja? Und dann meint er auch noch so, ey, alter, trägst du Mandeln mit mir hoch? Ja, ohne Scheiß. Ist halt so'n Feuer da? Wir brauchen hier mal Schlitzen dann mal. Auch für'n Lapp aus, das blöd, wenn du das Ding das Auge stichst. Ja? Mastenfilter. Das geht voll in die Augen, die Tränen, ja. Ja. Wobei es eigentlich ja Lachgas ist. Wollen wir ihn mal anrufen? Wir machen hier mal ne Sprachnachricht. Ja. Ey, die Batsny, Hagen hier. David auch da. Wir haben beschlossen, wir kommen morgen mal rum und dann helfen wir dir. Was hältst du denn davon? Ja, das wird ein Spaß. Wir kommen auch beide nüchtern, also auch Hagen. Ja, gucken wir mal an. Doch, ich pass auf ihn auf, er kommt nüchtern, okay? So. Aber hier, Nachrichten, die Batsny, ab ab 10 können wir vorbeikommen. Heute Abend um 10? Heute Abend um 10? Na 3, 4 Stunden. Lass uns das mal machen, oder? Gehen wir mal hin? Ja? Ja? Okay. Ja, cool. Also los, raus geht's. Ja. Was geht denn mit dir? Was macht denn ihr hier? Die Batsny kiffst du wieder, oder was? Warum sollte ich kiffen? Hier riecht's doch voll nach Ruid, oder? Ich bin's nicht kiffen. Das ist, äh, das. Das ist so ein neues Liquid. Was schaust du dir denn da an? Geht dir überhaupt gar nix an. Was ist denn das für eine kleine Scheiße? Was macht ihr hier? Ist das Helene Fischer? Das? Das ist was ganz Großes, ne? Ja, genau. Nicht so Loser wie ihr. Helene. Die Helene hat's drauf. Und ein Porno? Hagen, du bist doch der mit dem Drogenproblem. Und was ist das da unten? Und da könnt ihr euch auch noch was abschauen, ne? So wie die tanzen. Wir kennen das gar nicht. Was ist das? Ihr zwei stocksteifen. Sag mal, wie krank bist du denn? Ernsthaft? Könnt ihr mich jetzt einfach, könnt ihr wieder gehen? Nein, du hast geschrieben, wir sollen einfach um 10 Uhr vorbeikommen. Jetzt ist 10. Wir wollten ein bisschen helfen. Ja. Morgen, morgen um 10. Ohne Scheiße. Geht jetzt bitte. Morgen um 10. Morgen früh. Aber jetzt möchte ich bitte, ja? Wie? Morgen früh um 10. Okay? Nee, nee. Ich geh jetzt nicht, Alter. Ich bin jetzt den ganzen Weg von... Also ich mein, das war echt gar chillig halt, ja? Lassen wir den mit seinem kranken Scheiß alleine. Wir sehen uns morgen früh krank. So, so krank. Tschüss. Volleinander Waffel, ey.